Zu wenig Rente, diese Zuschüsse können Rentner 2023 noch extra beantragen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Es gibt ja viele, viele Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland, die sehr geringe kleine Renten haben. Und diese Menschen haben die Möglichkeit, verschiedene extra Sozialleistungen neben der Rente zu beantragen. In diesem Video sage ich Ihnen mal ganz kurz oder in kurzer Übersicht, was es da für Möglichkeiten gibt. Und Sie können ja selber für sich prüfen, ob diese Varianten eventuell im Einzel- oder vielleicht auch in verschiedenen mehreren Varianten für Sie zutreffend sein können. Fangen wir einfach mal an. Das ist das neue Wohngeld Plus, was es ja zum 1. Januar 2023 gibt. Das dürfte also insgesamt vielleicht schon mal bekannt sein. Das Wohngeld Plus hat das alte Wohngeld abgelöst. Und wir sprechen hier von einer deutlichen Erhöhung des monatlichen Zuschusses auf durchschnittlich 370 Euro. Also da bitte prüfen, ob Sie eventuell Anspruch haben. Aber eines kann ich Ihnen gleich sagen. Wohngeldanspruch haben Sie nur dann, wenn Sie nicht in der Grundsicherung für Rentner sind. Zweitens, es gibt einen sogenannten Lastenzuschuss für Eigentümer. Vielleicht gar nicht so bekannt. Diesen Zuschuss können vor allen Dingen diejenigen beantragen, die nicht zur Miete, sondern in einem eigenen Haus leben. Ganz wichtig auch, Tilgungen für einen Immobilienkredit werden als Wohnkosten anerkannt. Drittens, der sogenannte zusätzliche Extra-Freibetrag bis maximal 251 Euro nach § 17a Wohngeldgesetz. Dieser Freibetrag könnte Ihnen dann zustehen, wenn Sie mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten nachweisen können und auch Anspruch auf das Wohngeld, Wohngeld Plus, ab 1. Januar 2023 haben. Viertens ist wahrscheinlich auch vielen bekannt, aber ich möchte es nochmal erwähnen, die sogenannte Grundsicherung im Alter. Das heißt also, wenn Sie Renteneinkünfte haben, die sehr, sehr niedrig sind, die unterhalb der Armutsschwelle in Deutschland sind, dann hier bitte keine falsche Scham. Gehen Sie bitte zu den örtlichen Sozialämtern und beantragen Sie dort die Grundsicherung. Hilft vor allen Dingen auch bei den hohen Heizkosten. Fünftens, Hilfe bei der Pflegebedürftigkeit. Das kennen wahrscheinlich viele noch nicht, das sogenannte Wohngeld für Bewohner von Pflegeheimen. Grundsätzlich gilt, dass auch Bewohner von Pflegeeinrichtungen Anspruch auf Wohngeld haben. In Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein gibt es sogar ein spezielles Pflegewohngeld. Zuständig ist immer das Sozialamt des Wohnortes, in dem Sie leben, in dem Sie in der Pflegeeinrichtung untergebracht sind. Last but not least, der Grundrentenzuschlag, das ist praktisch eine Extrageschichte ohne Antrag. Auch das ist bekannt, seit dem 01.01.2021 haben rund 1,1 Millionen, man sprach sogar von 1,3 Millionen, Rentnerinnen und Rentner einen Anspruch auf die Erhöhung ihrer Rente wegen dem Grundrentenzuschlag. Das ist ein Zuschlag an Extra-Entgeltpunkten aufgrund langjähriger Versicherungen. Wir reden hier von mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten, die Sie nachweisen müssen, damit Sie überhaupt erstmal in die Nähe eines Anspruchs kommen. Der Grundrentenzuschlag ist sicherlich ein ganz, ganz heißes Thema, ein ganz, ganz heißes Eisen, weil viele Menschen, die in Erwartung des Grundrentenzuschlages waren, dann böse und bitter enttäuscht worden sind, weil die Grundrente, die ja an sich für Sie ausgerechnet worden ist, dann nicht ausgezahlt wird wegen Einkommensanrechnung, zum Beispiel wenn der Ehepartner zu viel Einkommen im vorvergangenen Jahr gehabt hat. Und als allerallerletztes sozusagen nochmal darüber nachdenken, bis zum 30.06. diesen Jahres 2023 haben Sie noch Zeit, wenn es nicht schon gezahlt worden ist, die Energiepreispauschale für Rentner zu beantragen. Die 300 Euro könnten Ihnen unter Umständen zustehen. Ich würde es auf jeden Fall nicht unversucht lassen, wenn Sie hier am 1. oder am 7.12. war ja die erste Auszahlungswelle und dann im Januar 2023 noch die zweite, wenn Sie da sozusagen vergessen worden sind und Sie am 1.12.2022 Anspruch auf eine gesetzliche Rente hatten, dann bitte diesen entsprechenden Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaftbahnsee in Bochum stellen. Also Sie sehen, es gibt doch schon einige Möglichkeiten, wie Sie als Rentnerin oder Rentner mit geringen Einkommen hier noch extra Geld von verschiedenen Sozialleistungsträgern sich holen können. Bitte einfach prüfen, wenn dann irgendetwas dabei ist, was vielleicht für Sie zutreffend sein könnte. Im Zweifel bitte zur Verbraucherzentrale gehen oder aber zu einem entsprechenden Fachanwalt für Sozialrecht, der Sie hier zu den einzelnen Dingen aufklären kann. Wenn Sie für eine Beratungsleistung kein Geld haben, dann beantragen Sie bitte einen Beratungshilfeschein und gehen dann damit zu einem entsprechenden Anwalt und lassen sich dort beraten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen ein paar Minuten, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.